Hallo zum Halloween-Wetter von wetter.net. Heute steht die gruseligste Nacht des Jahres an. Dafür sieht es gar nicht so schlecht aus. Meistrocken und passend dazu örtlich dichter Nebel. Heute zeigt sich der letzte Oktobertag noch oft golden, vor allem nach Süden und Westen hin. Da zeigt sich die Sonne nach Nebelauflösung recht oft. Weiter nach Nordosten sind die Wolken meist dicht. Vereinzelt fällt auch noch etwas Regen. Das bei Temperaturen zwischen 9 Grad an den Mittelgebirgen, am Oberrhein sind bis zu 16 Grad drin. Die Halloween-Nacht wird meist trocken, vor allem Richtung Küsten sind die Wolken aber dichter. Und es fällt weiterhin etwas Regen. Nach Süden hin oft klarer Himmel, aber dann gebietsweise dichter Nebel. Die Temperaturen dazu, 11 Grad an der Nordsee, an den Alpen gibt es bis minus 1 leichten Frost. Und dann pünktlich zum Novemberstart, da klopft dann auch der Winter bei uns an die Tür. An Allerheiligen ist es aber nochmal mild mit bis zu 17 Grad, vor allem im Süden nach dem Nebel viel Sonne. Weiter im Norden regnerischer am Mittwoch und am Donnerstag, da sacken die Temperaturen dann ordentlich in den Keller. Es ist sehr wechselhaft mit vielen Wolken und auch Regenschauern. Dabei gibt es dann im Bergland die ersten Schneeflocken. Am Mittwoch dabei 6 bis 13, am Donnerstag nur 5 bis 12 Grad. Nachts wird es dann auch verbreitet frostig, also es wird höchste Zeit für Winterreifen. In diesen Aussichten wünsche ich euch eine tolle, gruselige Halloween-Nacht und bis bald.